Todesopfer nach Angriff in Berliner U-Bahn Täter haben sich gestellt. Es handelt sich um Türken. Berlin. Ein erneuter U-Bahn-Angriff forderte am vergangenen Samstagmorgen ein Todesopfer. Ein 23-Jähriger und dessen Begleiter wurden gegen 4.50 Uhr am U-Bahnhof Kaiserdamm in Charlottenburg von drei Jugendlichen angegriffen. Der 23-Jährige flüchtete vor den Angreifern, rannte vor dem U-Bahnhof auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Der 33-Jährige Fahrer hatte keine Chance mehr zu bremsen. Obwohl Hilfe schnell zur Stelle war, starb der junge Mann. Die beiden Männer wurden zuvor im U-Bahnhof Kaiserdamm von den drei Jugendlichen zunächst in aggressivem Tonfall aufgefordert, Zigaretten herauszugeben. Als diese immer aggressiver wurden, rückte der 23-Jährige und sein Begleiter schließlich die Zigaretten heraus. Trotzdem griff einer der Jugendlichen die beiden an und schlug auf sie ein. Daraufhin flüchteten die Angegriffenen vor Panik aus dem U-Bahnhof. Während sich der Freund des 23-Jährigen in Sicherheit bringen konnte, lief der 23-Jährige aus Angst vor den Schlägern auf die mehrspurige Straße, wo er von einem Auto erfasst wurde und an den Folgen des Aufpralls starb. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die beiden Täter haben sich der Polizei gestellt. Laut Informationen der Bild-Zeitung handelt es sich bei den Tätern um Türken. Sie wurden vorläufig festgenommen und der Mordkommission übergeben. Am 18. September wurden sie dem Haftrichter vorgeführt. Der Vorwurf Körperverletzung mit Todesfolge.